ich weiß auch nicht so ganz warum der folge 6 schon ich glaube ja ich werde wenn wir heute wohl nicht mehr schaffen aber das ist okay weil nächstes mal wollen wir ein bisschen content haben glaube ich also hätte ich jetzt nichts gegen weil danach kommt er denke ich nur noch der boss das ist ja die neunte welt richtig die mumbo kommt auch noch ja ich will mich ja sowieso noch erstmal hier da fühle ich mich schon recht ich habe tot geprügelt schön dass die fähigkeit auch mal wieder zu tragen kann verwandlung winter ist an die waschmaschine alles klar das leben viele leben hier oben liegen ach so ich bin hier bin ich also tobi hat er gesagt er kann heute nicht so ein lügner oder ein ihr bein schon wieder obi dachte hier vor euch sicher zu sein tja so kann man sich irgendein hast ein bisschen wasser für die pflanze wollte wohl damit aufhören es dauert jahre bis ich wieder und wie wasser finde da ist der sommer schon so trocken und einfach ruby kill das ist immer noch nicht relevant hier fliegen so viel mumbo steht herum das kostet noch mal geld gleich sich zu verwandeln habe ich recht jetzt habe ich richtig hart gescannt ok ich würde gerne da hoch aber noch mal schreien alter was passiert hier gerade meine müde spiel ich eine scheiße zusammen die verdarfe ich auch nicht in die dornen ok ja und hier war ich ja ne ok cool verwandeln wir uns mal schuhe trägt man im frühling das ist es mies hm na du arschloch zu heiß für zaubergraben mumbo mehr lust auf sonnenbad du arschloch du faule füge scheiße aha hm gut mumbo dann halt nicht arsch kniebeugen auch nein man kann ja aber nicht bezahlen sagt ich ja ich würde ihm ja 20 moboschäle geben aber wenn er nicht will ist halt sein pech wieso bin ich da jetzt so dumm reingerutscht das war echt ein bisschen unnötig jetzt ok ich glaube ich bin auch schon fertig wieder mit der jahreszeit hier ne die sind statistikmäßig mittlerweile eigentlich aus 33 erst ich habe schon ein bisschen angst dass ich ja dinge übersehen das aus gutem grund glaube ich ja wenig kann es ihm verübeln das war das problem ja was soll es nur ich verziehe mich auf in den herbst überleben snack ich mir mal ganz schnell dankeschön wir sorgen sie haben in den noten überseher er muss noch mehr holen baby hat hunger 10 raupen haben wenn die aus der letzten welt gespeichert wahrscheinlich nicht ja toll jetzt habe ich eine verschwendet ich wollte ja nicht das machen das sind so brüchige plattformen jetzt oder hätte gepasst wie es ist das wasser zurückgekehrt er hat bunte blätter der wind kennt jedes blatt gleich im winter da rein nicht mehr da es mies verfickte drecksack blase cool geil gibt's jetzt stehen auf jeden fall echt viele noten auf einmal rum ich merke schon kann man noch nie entscheiden warum ich das hier mal abgehe schlimm mann ja dann tatsächlich gespeichert das ist cool das ist nice ich fände gerade auf dass ich auf dieser plattform gar nicht war letztes mal ich kann mich entscheiden wo ich zuerst lang gehe ist schlimm wenn der mumbo dabei helfen könnte ich gehe jetzt eine andere reihenfolge und das ist nicht gut ich glaube ich brauchte den nicht zehn stück wäre da jetzt ja komm können wir uns mal schnell um tobi junge braucht hilfe da passiert nichts mehr doch jetzt aber der tees ich habe eine idee ich haue ab in die lava welt dort werdet ihr mich niemals finden weil die existiert gar nicht ich habe ihn gesehen oh nö scheiße ich muss pinkeln auf einmal mal wieder klassischer leon und eine sekunde auf der anderen und dann kann das nicht mehr aufhalten dann macht er sich in die hose das ist ein bisschen sass dass ich jetzt so hoch komme und dann nicht mehr ich halte das nicht aus so kann ich nicht arbeiten nö oh ich helfe ich helfe ich helfe ich helfe ich helfe ich helfe Untertitelung des ZDF, 2020 Trink halt nicht so viel im Stream, Arsch So, wo waren wir? Dann halt nicht, wie ein Winterhoch oder so Ich hab nur vier Gingers, echt? Krass 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 Darab wäre der Ginjois ein Gegner okay danke vielen dank das war super über einem herbst im winter aktiviert bei sie nicht mehr 6 ecke ja ich finde es gut dass es jetzt mit den noten auch schon mal bergauf geht deshalb ist ja echt gruselig wie wenig werden ich meine kurz unten abgelaufen ist auch interessant ganz schlimm sprünge hier es ist noch mal welche noch mal eben schon irgendwie erstmal links lang okay die haben mich red und eine kleine nette raupe die ich auch sehr gerne hätte acht stück schon das war wirklich das war wirklich alles alle unterste schublade gerade von mir so was so meine fähigkeit anbelangt wie du lebst dieser basse hat eine genau dieser basse der basse hat immer so richtig heftig rum dieser basse hat mann gott wieder juckt mich nicht wird er so kurz darf ich jetzt hier noch mal rein eigentlich oder ist es wieder eher so also ich darf da rein ist es nicht mehr zu holen wir sind alle ausgeflogen offensichtlich ja nicht sonst würdest du ja nicht mit mir sprechen hier pass ich immer noch nicht durch so lange im stress mich diese welt ich bin ja wir sind ja bald fertig für heute ist schön es freut mich dankeschön ich speichern mal wieder ist ja auch schon 30 minuten her erschreckend die mausen stelle meine lieben ich hole die goldfeder gewonnen das ist ja nichts enttäuschend hinterm haus ich bin erstaunt dass es überhaupt funktioniert hat na gut okay gar nicht gruselig gerade nein 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 im winter passiert aber schon was ganz tolles mit irgendwann muss ja mal was passieren ist so nicht war aber hey was ist hier draußen hallo du bär ich brauche noch sechs leckere eicheln bevor der winter kommt ein paar seien wir da schon ne stimmt Interessante Anordnung hier, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, vor dem Moment habe ich so Angst, das spreche ich. Cool. Sehr gut, dass er funktioniert. Ich habe eben auch gesehen, fies versteckt auf jeden Fall, können man sehr leicht übersehen. Gut, dann machen wir alles nochmal, gar kein Problem. Weil ich wieder zu gierig war, was den Sprung anbelangte. Man, oh man, ey! Okay. Ne. Ne. Okay. Ich habe da nicht gerade eine gesehen noch irgendwie. Ne. Habe ich mir eingebildet. Ist okay. Das ist ja... Das war immer richtig räudig. Warum... Oh, stirb doch einfach, du hässliches Stück Scheiße, Mann. Spring da richtig... Ich nutze noch das Hässl. Es tut mir ein bisschen leid, aber... Ist halt Weiß City Stories. Ach nee, warte mal. Hm, 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 hm. Hm. Ich geh mal in deine Bude zuerst. Da liegen da einfach noch Eichen rum, das wäre halt wild. Ne, ja, warte mal. Tatsächlich. Junge! Warum checkst du die Eiche in deinem eigenen Haus nicht? Bist du dumm. Oh. Hm. 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 Ja, ne. Hm. 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 Schrank gefallen, ne. Okay. Ich brauch jetzt noch eine. Ja, das wollte ich. Genau da hinten. Warte mal. Ne, warte mal. Von unten kam ich ja. Dann wird hier oben noch eine sein. Vielleicht. Aha. Gab's das nicht schlimmer? Warte mal. Warte mal. Äh. Häh. Häh. Bin ich eh gelandet. Warte. Das ist der geflutete Dachboden von ihm, oder was? Oh, ich merke gerade, die Folge ist vorbei. Okay, komm, dann beenden wir jetzt hier. Und beim nächsten Mal kommen wir hoffentlich in den Winter. Noch. Wäre cool. Tschüss.